und damit willkommen zu einer weiteren folge don't starve shipwrecked was man jetzt sogar den ersten sekunden des videos lesen kann ich habe mir seit dem letzten mal ein paar mods installiert jemals und wollte einfach kurz zeigen welche einmal werde display food values health info mini map smart crockpot und warm hallmarks was die machen im grunde das was da steht das zeigt mir an was für was das essen für mich gut ist macht hunger sanity und gesundheit je nachdem was für essens ist health info zeigt mir die lebensfunkte von gegnern an wenn ich es wissen will die mini map muss ich da kurz da muss ich mal ganz kurz was ändern ich will das nicht auf deutsch englisch will ich weil das restliche spiel ist auch in englisch das wäre komisch auf deutsch gut mini map habe ich mir die map smart crockpot zeigt mir an wenn ich vier sachen in den kochtopf lege was rauskommt das ist gut und wormhole marx ist einfach mit farben markierte wurmlöcher welche wohin führen falls ich vergesse gucken ob das überhaupt geht mit shipwrecked ich habe jetzt die 12 nicht an weil die mit shipwrecked nicht gingen da konnte die welt nicht starten ich bin jetzt einfach mal weiter mit will und gucken was die bot zu machen ach ja nacht also erst mal reicht das feuer locker ich habe noch die leiter das geht hier handel und herrs 1 man sieht welches essen macht was das ist ganz angenehm das kann auf jeden fall nutzen außerdem weiß ich jetzt hier im club podcast klickt klicken und dann sagt es mir was rauskommt wenn ich koche also jetzt wissen will ist wo ist mein boot habe ich ein boot ich habe armort boot gebaut genau und wollte den segel ich wollte den segel und zu anderen inseln rüber da brauche ich einen bambus und eine weine habe ich eine weine habe ich mal muss gott verdammt hast du eine weine habe ich mir kurz so ich habe das segel gemacht wir haben noch eine lampe das stimmt das klaus habe ich gemacht weil ich dann irgendwann was geileres will ein boot mit fünf neuen leben wir sehen sogar vom boot die leben das ist angenehm wir sehen die auch von dir oder ja bei uns hat müssen weniger als unser boot ich wollte so zu sehr insel zu der großen hier mit den affen und sachen holen los geht's was ich auch gerade bemerkt habe ist sicher irgendwas was ich schon wieder vergessen habe scheiß wetter nee keine ahnung lol na ich sollte nicht doof werden ich sollte nicht in die wellen reinfahren weil wir kennen ja willow die denkt sich das boot an dominos mag ich nicht so da sind wir mal land gegangen ich baue mir mein leuchtfeuer setzt es aber noch nicht hin ich sollte mich vielleicht auch ein baum hacken weil ich habe nicht so viel holz jetzt habe ich immer ein feuer reserve das ganz praktisch ich erst mal die hier sollte ich nicht ganz schön ja war nicht so geil stehe ich auch ein bisschen holz schadet nicht so dass schon wieder tag wie das gut die nacht war ewig wir haben jetzt das so dass so und unsere rüstung anziehen dann dass ich die tasche zurück in der hoffnung dass die nicht wegweht aber ich glaube nicht das sollte ich nicht mit mir passieren wer schlechter ja ist abfackelt wir waren zu den spinnen und ich brauche dazu kurz weil die fallen werden sehr nützlich sein ich bin will ich größtenteils weil die gutes zeug geben ein paar bären werden auch schön es ist schön für mich das alles brennen das macht man jetzt hier hoch aber wollt ihr das auch bin mir nicht sicher ich bin mir nicht sicher ob das so funktionieren leute ja schlag mein vogel wieso wissen ich jetzt schweb ich schlagen muss ich zack ach nein ich bin ja gift resistent alle genau die gelbe ist das ding die gab du bisch also mir das kann ich klauen wenn ja bin ich sauer wenn ja bin ich sehr sauer ein bisschen heilzeug ist immer gut kommt noch mehr raus dass wir die fallen die fallen nehmen wir vielleicht mal mit wenn das lässt jetzt abfackelt das ist im grunde gar nicht so gut aber trotzdem kann ich mich hier kurz trocknen das ist nicht so gut das muss nicht perfekt sein die haben einfach meine schönes nest verbrannt jetzt nehmen wir wieder meine rüstung an und lassen die tasche hier liegen soll sie ruhig nass sein und wir holen uns ein schweinchen wo sind das da läuft was ach so das schießt irgendwas vom meer aus egal ich brauche jetzt trotzdem ganz kurz den hammer jetzt ist er mich das schwein auf mich wütend aber faktor ich mich treffen lassen egal ja schon gut schaden komm her ach so die haben hier eine ganz andere die greifen ja ganz anders an als normalen schweinchen teilweise der gegenwind nervt aber ich mache es kaputt bin ich in dein haus so stirbt nur großes fleisch aber dann kann ich auch was anfangen jetzt muss ich noch eine nacht überlegen nicht bergends anbrennen der ganz kommt zurück macht ihm gar nichts macht ihm gar nichts aus meiner tasche gut was ich dann jetzt machen werde ist ganz auf sachen anbrennen aha und hoffen dass es mir über die nacht gut geht weil das wäre schön ich habe übrigens so das gefühl das könnte eine kurze folge werden weil so viel habe ich gar nicht zu zeigen weil die ganzen nächte kann ich überhaupt nichts machen da ist das begehrte objekt davon hätte ich jetzt auch gern mehr ja das heißt ich muss theoretisch felsen kloppen auch sind mich ein bisschen insane also trinken wir ein paar blumen auf dem weg kann es nur gut tun geben ja sogar leben zurück ja verpiss dich finde ich habe ich gerade keinen nerv ich meine ernst genau sie ab essen 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 dann geht es mir wieder ein bisschen guter guter also reden dumme leute die bären natürlich weg habe ich mir aber auch gedacht da muss ich steine kloppen was ein bisschen schade ist das nervt super doll ich brauche größtenteils die flints die sind wichtig wenn ihr mich nie klaut verprügel ich euch so 3 das ist schon mal eine zahl vielleicht kann ich einen affen weg locken und töten der kann bären haben da wäre super cool ja wenn er mitkommt dann würde ich ihn tot vielleicht aber auch einfach so 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 Affe jetzt läuft er weg wer jetzt ist er wieder sauer jetzt hat er plötzlich die pupus und werfen nehme ich mit habe ich eigentlich komm baggins an so aus gott nein ich habe keine zwei netz bekommen das wäre zu schön das habe ich natürlich nicht verdient schlange ich will hier nicht raten mich zu ärgern ich lasse mich einfach treffen die spinne habe ich nicht gesehen schlangen ne ne ein bisschen mehr insane jeden tag das ist doch gut das ist doch schön euch zünde ich in der nacht an das ist gut bäumchen jetzt kann ich erstmal gucken was kann ich mit euch kochen ne meatballs will ich nicht kann ich aus dem fleisch nichts gutes machen nach wieso habe ich ihn kein holz ich will nicht insane werden ich will nicht das gute fleisch verbraten für meatballs ha leid ich mag licht oh viel licht ja das ist tag hell du eigentlich ist es könnte es so einfach sein mit willow nicht insane zu gehen ah terminus will nicht so mit dem fix gehen kann ich nämlich wo ist es denn ein football helmet machen ich brauche nur ein seil das kann ich mir sogar noch leisten wow nur holz habe ich keins der football helmet ist es einfach rüstung außerdem hält ja auch ein bisschen regen ab das darf man nicht vergessen dabei was machst du eigentlich hier das habe ich ja kohle was wir aber haben sollten ist genug pupu wir haben asche das ist natürlich cool was wir aber haben sollten ist genug pupu für die basic farm und packen wir die hin ja hier oben haben wir auch krass am dafür na du hast welche du hast welche ich will nicht krass am jagen gehen ich mache meinen leiter an dann werde ich nicht so dumm ich hoffe ich kriege krass am gut dann müsste ich jetzt eigentlich wieder das hier weg scheuern können gut 100% dann geht es los ich brauche gras ich brauche stuff ich brauche vor allem allem flints und ich weiß nicht wann die schlechtwetterzeit vorbei ist ich glaube erst tag 40 rum ich habe keine ahnung das lässt mich ein bisschen schlau werden mann was wetten die folge ist doch länger als ich gedacht habe aber ich gesagt habe die würden nicht so lang das kann gar nicht sein so fühle ich raus schneide aber ich schneide immer nicht so viel raus weil ich so viel dummes zeug laber egal falls euch diese vorgefallen hat dann doch bitte positiv bewerten kommentieren abonnieren und wir sehen uns in der nächsten folge das darf mit mir dem terminus ich hoffe ich überlebe aber ich habe jetzt ein kopfding や Opting bei dem Wir sehen uns zumindest seit直 darum schon immer noch gar nicht